Kann man alles mitmachen. Gibt's mit Klammer, gibt's ohne Klammer. Wie man will, top! Ein Reitungslieblingsteil. Wirklich, harte Konkurrenz diesmal. Das Lieblingsteil. Toll, fühlt sich super an. Man like die Kapuze, die man tatsächlich benutzen kann. Für mich wäre es immer der Fall. Ganz toll. Schade, es war schön. Er fiel gut. Ihm ist auch voll kalt. Ich bringe ja da mein Schaden. Nachhaltigkeit, gute Verarbeitung, großer, hoher Wohlfühlfaktor. Eben nicht so mit dem, einfach nur mit irgendeiner Mode mitgehen, sondern da ist so richtig eine Idee dahinter und eine Bedeutung. Das finde ich gut. Und diese Kollektion speziell gefällt mir sehr gut, weil da sind viele Teile dabei, die ich direkt mitnehmen würde. Da kann man fast hoffen, dass es ein bisschen kühler wird, damit man die da endlich tragen kann. Zum Beispiel dieses Ding oder diese große Jacke oder Strikot natürlich. Das kann man auch in der Übergangszeit tragen. Es ist einiges dabei. Diesmal sehr viel. Ich denke mal an Rocky. Ist so. Standard. Special Edition. Für alle was dabei. Das ist nur zwei. Das ist ein Sportback. Oh, Sportback. All right. Ja, jetzt geht's. 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 Jetzt geht's.